Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 25. April. Wetzlarer Autosalon nach Corona-Pause wieder gut besucht, Freibad-Insel tankt Sonnenenergie und Kämpfe in der Ukraine gehen am orthodoxen Osterfest unvermindert weiter. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wetzlarer Autosalon im Zeichen der Elektromobilität Der 40. Autosalon ist die erste Großveranstaltung in Wetzlar seit Beginn der Corona-Pandemie. Und nach zwei Jahren Pause ist er auch wieder gut besucht gewesen. Laut Wetzlarer Stadtmarketing haben am Wochenende rund 10.000 Menschen die Open-Air-Schau besucht, um sich in der Neuwagen-Ausstellung zu informieren, genauso wie vor der Pandemie. Vermehrt wollten Kunden weg von Benzinern und Dieselfahrzeugen und hin zu Elektro- oder Hybridantrieben, so der Kfz-Innungsobermeister Andreas Groß. Allerdings wies er darauf hin, dass sich die Branche im Umbruch befinde. Die Nachfrage könne noch nicht befriedigt werden, fehle es doch an Halbleitern für den Fahrzeugbau, was die Auslieferung der Neufahrzeuge über Monate verzögere. Das gesteigerte Interesse an der E-Mobilität führte er auch auf die staatliche Förderung zurück. Erneut waren 25 Aussteller, darunter 14 Autohäuser, zwei Tage lang auf dem Karl-Kellner-Ring und in der Bahnhofstraße vertreten und stellten dem Publikum Neuheiten vor. Im Herborner Stadtpark kehrt mit Parkleben eine Veranstaltungsreihe im Herzen Herborns zurück. Und, die alte Version des Weinfests ist ebenfalls zurück. Ab Mai sind im Stadtpark an sechs Abenden elf Bands zu hören. Die Reihe läuft in Zusammenarbeit mit heimischen Gastronomen, die an den drei Wochenenden im Mai und September, immer freitags und samstags, für die Bewertung sorgen. Los geht es am 13. Mai. Eintrittskarten werden voraussichtlich in den nächsten Tagen zu bekommen sein. Zurück ist auch die klassische Version des Weinfestes, das wieder an vier Tagen in Folge geplant ist. Zum Vormerken, Freunde der edlen Tropfen kommen vom 29. Juni bis 3. Juli, Mittwoch bis Sonntag, im Stadtpark auf ihre Kosten. 2020 und 2021 war eine Alternative organisiert worden, der Herborner Weinsommer an fünf Wochenenden. Nun also der Klassiker, der im Jahr vor der Corona-Pandemie zum 31. Mal stattgefunden hatte und damals von drei auf vier Tagen verlängert worden war. Macron als französischer Staatspräsident wiedergewählt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist nach vorläufigem amtlichen Endergebnis mit 58,55 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Er bekam aber deutlich weniger Stimmen als bei der Präsidentschaftswahl vor fünf Jahren. Damals waren es noch 66,1 Prozent. Seine rechte Herausforderin Marine Le Pen kam auf 41,45 Prozent der Stimmen, wie das Innenministerium nach Auszählung aller Stimmen mitteilte. Politiker aus Deutschland und Europa reagierten auf die Wiederwahl Macrons erleichtert. Am späten Sonntagabend kündigte Macron für seine kommende Amtszeit einen Umgang mit den Franzosen auf Augenhöhe an. Die gescheiterte rechte Präsidentschaftsanwärterin Marine Le Pen hat ihre Niederlage derweil eingeräumt, aber angekündigt, weiter politisch aktiv bleiben zu wollen. Sins Freibad tankt Sonnenenergie Einige Bäder im Dillgebiet setzen seit Jahren auf Alternativen zu Gas und Öl. Und der Förderverein des Sinner Waldschwimmbads ist auf dem besten Weg, Wärme und Strom möglichst unabhängig zu gewinnen. Bereits als das Bad noch unter der Regie der Kommune betrieben wird, ist regenerative Energie genutzt worden. 1992 wird eine Solarabsorberanlage installiert. 2007 kommt ein Blockheizkraftwerk hinzu. Es nutzt den Strom, den die Anlage erzeugt, und gibt die Abwärme dem Bad. Doch irgendwann war der Zenit der beiden Anlagen überschritten. 2020 geht schließlich die 300 Quadratmeter große Solarheizung ans Netz. Eine zusätzliche Photovoltaikanlage ist seit Januar in Betrieb. Nun wird der Strom für das Schwimmbadnetz genutzt und wenn mehr Strom produziert als benötigt wird, wird er verkauft. Das ist im Sommer aber nicht der Fall. Denn ein Freibad braucht viel Strom. Am liebsten wäre es dem Verein, das Freibad wäre komplett autark und könnte auf Gas verzichten. Die Kosten für Energie sind bereits deutlich zurückgegangen. 17.000 Euro waren früher pro Saison für Gas zu bezahlen. Nun sind es zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Doch die Kosten sind das eine, der ökologische Fußabdruck eines Schwimmbads das andere. Und der ökologische Fußabdruck des Bads soll möglichst klein sein. Wir blicken auf die Corona-Zahlen in Deutschland. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 790,8 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 807,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 808,8. Im Vormonat bei 1.756,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 20.084 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 20.482 registrierte Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden sechs weitere Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es elf Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 24.200.596 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Zum Abschluss schauen wir auf die Lage im Ukraine-Krieg. Eine ranghohe US-Delegation mit Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin ist nach ukrainischen Angaben wie angekündigt in Kiew eingetroffen. Die beiden Minister treffen sich in der Hauptstadt mit Präsident Volodymyr Zelensky, um über weitere Waffenlieferungen und Unterstützung zur Abwehr des russischen Angriffs zu sprechen. Kiew bietet Moskau derweil angesichts der schwierigen Lage der im ukrainischen Stahlwerk in Mariupol eingeschlossenen Kämpfer- und Zivilistenverhandlungen an. Bei einer Sonderrunde könne laut Regierungsangaben über den Austausch von Militär gesprochen werden. Unterdessen setzen die russischen Streitkräfte ihre Raketenangriffe gegen die Ukraine auch zum orthodoxen Osterfest mit aller Härte fort. Russland hatte eine Feuerpause an Ostern abgelehnt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.